Also, wie Sie wissen, haben wir bereits einiges investiert. Es ist wichtig, dass das Geschäft schwarze Zahlen schreibt, sonst können wir gleich einpacken. Das bilde ich mir nur ein, das kann nicht wahr sein. Herr von Seebeck. Jetzt reißen Sie sich zusammen oder soll ich Ihnen Krankenwagen rufen? Hm, du weißt doch, ich mache das gern für dich und ich ziehe die anderen drei Krücken auch mit gut durch für dich. Und ich habe eigentlich morgen gar keine Zeit und ich habe extra alles andere abgesagt für dich. Danke, ich weiß das wirklich zu schätzen. Und du kannst mir einen Fallen tun. Ich bin heute Abend eingeladen ins Atlantik auf den Räderball und da ist Sven Westermann, weißt du, mit dem ich neulich bin. Und sein Vater ist der Veranstalter und ich bin mir, na warte mal, du hast doch das Kleid mit dem V-Ausschnitt von der Show. Oh, das steht mir doch so gut. Findet Verena auch? Das geht nicht. Warum nicht? Das macht man nicht. Das ist tabu. Außerdem bringt das Unglück. Reiß dich zusammen. Dr. Olaf sitzt hier. Wir klären das nach der Konferenz. Entweder du setzt dich hin oder du gehst raus. Für die Herren, ich würde gerne sagen, ob hier mein Leben besprechen ist. Schlagen wir doch noch einmal. Musik Musik